so erster satz bis zum rechten winkel darauf achten dass die hüfte an der rücklage anliegt und weiter schulterbreiter stand fußspitze leicht nach außen ohne umkehrschwung unter anhalte jetzt bis zum rechten winkel das kannst du besser unten anhalten knie kontrolliert durchstrecken nicht unkontrolliert einlegen ziehe im hebel genau einmal eine scheibe runter kannst zeitlich anstelle und der nächste nächster satz so halte ich unter fest bitte mit der händen festhalten becken fixieren und darauf achten dass du die beine nur so weit nach hinten löscht dass die hüfte nicht aufrollt und weiter geht's komm